Darf dein Stromanbieter wissen, wann du Besuch hast und wie viel Kaffee ihr trinkt? Dürfen nur Kunden, die alles von sich preisgeben, Rabatte bekommen? Dürfen Unternehmen alles mit deinen persönlichen Daten machen, nur weil es keiner kontrolliert? Nein, wir fordern, dass die Privatsphäre und die persönlichen Daten bei den Energieversorgern gesichert sind. Wir fordern einen anonymen Fahrschalenverkauf. Wir fordern eine stark aufgestellte Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit. Der digitale Kompass. Unsere 36 Vorschläge für eine digitale Gesellschaft. Digitale Themen treffen auf Mitbestimmung. Sag uns deine Meinung. Wir bringen deine Anregungen in den Landtag NRW.